Hallo meine Freunde und herzlichst Willkommen, ich darf euch begrüßen, nachdem ich jetzt 5 Stunden den PBE lang gepatcht habe, das war eine komplette Katastrophe, können wir sie endlich nun spielen, den neuen Champion Kaisa, ich denke Kaisa, Kaisa, irgendwie sowas in der Richtung, bin schon absolut gehypt, wir spielen sie im Jungle, bei der Queue ist mir direkt was aufgefallen, ich werde euch natürlich ein bisschen erklären, was bei ihr so ist, die Queue kann man nur aktivieren, wenn Gegner in der Nähe sind und die werden random auf diese verteilt, ja das heißt, sieht erstmal grundsätzlich hier cool aus, muss ich sagen, das ist schon mal nicht verkehrt, ich weiß noch nicht, ob wir sie auf AP oder AD bauen, ich glaube aber auf AP, ja, das heißt, hier kann man das noch sehr, sehr gut sehen, auch mit den Stacks, ja, gehen wir mal weiter zu enden, ja, Stacks, das heißt, bei den Stacks ist es so, jeder weitere Schuss, also jeder weitere Stack erhöht auch den magischen Schaden, ja, das ist ziemlich cool, das heißt, hier sieht man auch 1 plus Stack plus AP, das skaliert alles mit AP und der Missing Damage ist 15% auf Stufe 2, das ist komplett RIP, so, was war die W, die W war das hier, ja, ihr seht jetzt die Raketen, ja, die sind auch auf die kleineren Viecher geflogen, ja, ich hab mir gedacht, hey, Junglen, ich hab Press Your Tag mitgenommen, könnte vielleicht ganz nützlich sein, warum eigentlich auch nicht, hier nochmal Raketen, bapapapabam, na, deswegen hab ich jetzt auch mit Talisman angefangen, ja, so, hier könnt ihr mal meine Runen sehen, ne, für die Leute, die Lust drauf haben, ja, ich wusste nicht, was die als sonst mitnehmen, deswegen hab ich den roten Baum mitgenommen, also das mit der Q ist halt wirklich teilweise schwierig, weil die auf random irgendwelche Ziele fliegen, aber, ja, guck mal, die Gegner haben Rengarm-Team, ne, schauen wir mal, schauen wir mal, den smiten wir, bisher ist es okay, der Jungle Clear, ne, sollen wir unsere ehemals skillen, Supercharger, das skaliert übrigens mit Attack Speed, das heißt, je mehr Attack Speed, umso mehr könnt ihr chargen, beziehungsweise, oh mein Gott, haha, okay, RIP-Mikrofon, wahrscheinlich, aber, ich sag, eigentlich hab ich gedacht, ich werde mit der W nie im Leben irgendwas treffen und direkt, der erste ist ein Kill, ja, geht, geht, so, die E angemacht, ja, ihr seht, am Anfang dauert es ein bisschen, zack, und jetzt können wir chargen, ich könnte in der Zeit aber wahrscheinlich Raketen schießen, Raketen sind cool, kann ich nämlich während der, ja, hier sehen wir den Missing Damage, zack, 200, 200, das ist crazy, supercharged, zack, so, ja, so, was gibt's noch zu sagen, grundsätzlich natürlich, welchen Weg gehen wir, wenn wir ad gehen, haben wir die doppelte Anzahl an Raketen, also statt 6, 12, man kann, also es wird nicht der doppelte Schaden sein, weil jede weitere Rakete ja, glaube ich, weniger Schaden macht, oder ist das nicht so, kann sein, vielleicht auch nicht, ja, wir, wir können das mal hier sehen, zack, bababababab, ja, die sind auch, ins sind alle raus, ja, ins sind alle Raketen da, aber im Prinzip, AOE-technisch gar keinen Schaden gemacht, ne, also, ja, also es wird wirklich verteilt, es wird einfach verteilt, auf alle Gegner, Chargen wir. Oh, die Risks. Also dieses Camp ist komplett Katastrophe hier gerade. Wirklich eine Katastrophe. Vielleicht soll ich so ein bisschen leiser machen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen sehr laut. Kann das sein? Kann das sein? So. Nochmal Raketen. Gehen wir mal shoppen. So. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir machen die Q. Das macht wahrscheinlich Sinn. Wir kaufen uns mal die Trade-Machräte zum Battlen von Gegnern. Also mein Plan wäre... Also okay. Überlegen wir mal. Ich habe mich vorhin überlegt. Okay. Ich hätte wahrscheinlich Lust auf AP zu spielen. Was? Skaliert mit AP grundsätzlich alles. Ja. Das heißt, hier die Passive skaliert mit AP. Das ist ziemlich cool. Die Q skaliert mit AD AP. Die W skaliert mit AD AP. Das hier skalierte Tag Speed. Und das hier auch das Schild mit AD AP. Das heißt, grundsätzlich kann man alles machen. Wenn man auf AD spielt, machen natürlich die Autohits viel Schaden. Autohits sind cool. Sind nice. Wenn man jetzt auf AP spielt, machen die Autohits ja gar keinen Schaden. Ist nicht ganz richtig. Denn dafür machen die Passive-Stacks mehr Schaden. Und deswegen werden wir jetzt auf AP spielen. Ja. Ich denke mal, die meisten anderen YouTubers, wo ihr es vielleicht gesehen habt, werden eh auf AD spielen. Und Attack Speed Crit mäßig. AD Carry langweilig. Deswegen spielen wir. Genau deswegen nicht das. Wir spielen auf AP und Attack Speed. Ja klar, man könnte auch Rage Raid gehen, aber hier sieht man, man braucht 100 Bonus-AD, um das abzugraden. Beziehungsweise 100 AP. Was mich da so ein bisschen daran interessiert, wäre, ob man das, auch wenn man das kurz erreicht, ob man das dann bekommt. Das heißt, wir können jetzt mal versuchen, hier was zu ganken. Wobei die Gangs natürlich nicht so krass sind, aber ihr seht die W-Reichweite. Ist einfach GG. Ja, E ist an und let's go. Nein, let's go. Raketen raus hier. Autohits, Flash, Leg, Autohit, GG. Noch, komm, geht ihr noch ein bisschen. Jetzt, das Ding ist, wir gehen all-in. Scheiß drauf, komm. Oh, 100 plus 113 Damage. Ist dieser Champion, wird dieser Champion lol zerstören? Ist er broken? Ist er am sterben? Wird er von Minions gekillt? Ja, okay. Aber es war lustig. Die Frage ist, also ich hab mir überlegt, wir wären Nachschaußzahn als es ist, boah. Nachschaußzahn ist, denke ich, ganz cool. Mehr Tag Speed. Mehr, also wir haben jetzt, wir brauchen 100% Tag Speed. Wir haben jetzt zum Beispiel schon 35%. Die Frage wäre ja auch echt, also man kann das evolvieren. Ihr seht hier, wie weit das schon erfolgt ist und man kann es dann evolvieren. Das ist wirklich, müsste man mal testen, weil würde ich jetzt lethal, ob man das permanent erreichen muss oder nur kurzfristig. Würde ich nämlich jetzt lethal Tempo mitnehmen, dann könnte ich ja muss man schauen. Okay. Okay, das ist der neue unsichtbare Chroma Skin. Ja, unsichtbare Farbe. Super geil. Das ist natürlich super geil. Eigentlich ist das super scheiße, weil ich wette, jeder kann mich sehen, außer ich. Das ist natürlich unlucky. Aber okay. Wir wollen erstmal gucken, dass wir Level 6 werden. Ich glaube, dass wir Level 6 sind die Gangs halt, ne? Geiler Chroma. Hammergeil. Also ich persönlich finde, das ist der beste Chroma, wenn ich je gesehen habe. Play ist auch ein U-Boot. Ist einfach unter der Erde. Hier kommt die W. Aber mit der W muss man sagen, der hat halt ne insane Reichweite. Ja, guckt, zieht euch das rein. Also es fliegt wirklich weit, aber so richtig, ob man da viel mit anfangen kann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Ich würde halt echt gerne Level 6 machen. Ah, die Dinger sind nicht da. Vielleicht können wir ja trotzdem was machen. Das Ding ist, ich sollte die W nicht zu... Vorhin habe ich sie einfach rausgeböllert. Da konnte der Gegner mich eigentlich sehen, ja? Aber okay, let's go. Die W fliegt da. Oh my god! Und man sieht auch hier, die Stacks habe ich direkt Superchargers an. Ah, die laufen da unten. Die Stacks haben... Mein Team macht ja auch Stacks drauf. Und Raketen. Ja? Mein Team kann Stacks drauf an. Das ist ja übel GG. Na, das ist... Ich komme auf die Lane. Dresh hat schon zwei. Also wir können uns mal die Stats angucken. Und zwar... Also das Schild gibt übrigens echt wenig. Holy Shade, 75 plus 72. Okay, also scale-tet mit AP und AD, ne? Ansonsten, die Passive macht jetzt mittlerweile 16% Target Missing. Ich muss mal gucken, wie das so wird. So, Leute, passt auf. Ich bin Sniper-Main. Und let's go. Wie viel Range hat das? Oh, ich habe sie getroffen, aber ich habe gar nicht so viel Range. Oh nein! Oh nein! Oh Gott, okay. Aber ich bin auch unsichtbar. Ich weiß nicht, ob ich für andere auch unsichtbar bin oder nicht. Er schreibt LOL, wäre cool. Könnt ihr mich sehen? Ich spiele übrigens mit anderen Leuten. Ja, das heißt, wir spielen hier... Also ich habe hier Chrysle Cry. Ähm... Hä? Ach da. Kaffeekanne, Teekanne... Oh, LOL. Kaffeekanne, Teekanne, Teekanne, seid ihr Mates? Und Sasori, my main. Wir gehen nochmal mit Lane, Leute. Jetzt müssen wir ein bisschen näher ran. Die W hat einfach mehr, viel mehr Range als die Ult. Okay, Sniper main. Diesmal ist es ein schwieriger Winkel. Sehr schwieriger Winkel. Jetzt haben wir den Red Buff. Let's go! Ah, okay. Also man muss aber sagen, die Hitbox von dem Ding ist relativ groß tatsächlich, ja? Die ist echt groß, also... Ne? Also wie groß der Skillshot ist. Wie breit. So, wir können ja so machen. Zack, wie viel Cooldown hat denn das? Okay, auf Minions kann ich nicht springen. Das ist interesting. Wie viel Cooldown hat das Ding? 100 Sekunden? Okay, das ist echt viel. 100? Das ist echt viel. Gaininger Schild, 3 Sekunden. Ja, okay. Okay, ich komme mal wollen. Let's go. Das war neu. Ich bräuchte meine W. Aber... Also ich bräuchte sie nicht zwingend. Aber ich hätte Bock drauf. Super Charter's an. Raketen. Und... Ja. Ne? Ja. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Was soll man sagen? Sonst ist es übrigens bei mir mal Todesdunkel. Heute ist es einfach mal Todeshell. Ja, weil... Was sagt die Stacks drauf? Also man muss sagen, weil die Sonne einfach übel krass hier reinblendet. Also würde ich jetzt die W... Also würde ich einen gewissen AP-Wert erreichen, dann mache ich halt 3 Stacks auf um 50% Cooldown Reduce bei Champion der getroffen ist. 3 Stacks ist halt echt viel, ne? Ja, fucking viel, könnte man sagen. Raketen. Ich würde sagen, wir machen mal eben den Nascherisierungszahn zum Nascherisieren von Gegnern. Ja, wir gehen mal hier vorbei. Gucken mal, hier was ist jetzt ein bisschen der Blaue, der... Ja, nice halt. Einfach so ein UFO. Ja, ich würde... Das Ding ist, können wir hier rüberspringen. Haben wir so viel Range? Ah! Also es ist echt eine wirklich, wirklich knappe Kiste. Let's go! Ah! Raketen. Zack. Ist eigentlich extrem gut, um das Ding hier zu proppen. Na, ich brauche noch ein bisschen Geld. Fahren die ganzen Dinger hinterher. Wir schießen noch mal ins Rhein und dann gehen wir shoppen. Na, ein W werfen wir noch. Toplane. Alter, was passiert die ganze Zeit? Okay. Ähm. Und let's go! Oh mein! Oh mein! Oh mein! So, machen wir erstmal hier fertig. Frage ist, was wachsen als zweites? Das schauen wir uns gleich an, Leute. Schauen wir uns gleich an, sobald... Das hier hat 5,6 Sekunden nur noch. Au! Irgendwas hat mich getroffen. Stoppen Sie das! Ich glaube, sie kann mich umbringen. Oh, lol. Mann, ich sehe halt auch einfach nichts. Das ist halt komplett GG. Ah, was? Oh, sie brennt! Raketen, Raketen, Raketen. Ich bin unsichtbar. Du siehst mich nicht. Ah! Ich darf halt nicht zum Busch. Ah, okay. Ja, ich hatte alles auf Cool-Done, Leute. Und ich hatte auch keine Items. Na, Renga-Items. Items. Und 5,0. Holy shit. Ja, wir hauen jetzt Naschhaus rein. Frage ist, gehen wir das Jungle-Item noch zusätzlich? Das ist halt echt die Frage, was sind die Items to go? Wir haben jetzt sau viel Tech-Speed. Ich denke, wir bauen jetzt ein SC-Schuh. Das ist nämlich einfach Tech-Speed-Schuh. Na, wir haben das hier auch schon... Guck mal, wir haben beide Dinger. Wir brauchen noch ein bisschen AP und wir brauchen noch ein bisschen AD. Das sind die zwei Ziele, die wir haben. AP. Gibt es ein Item? Ja, Rage-Blade, klar, aber... Ich denke, Rage-Blade wäre echt cool, aber... Ich glaube, das ist zu offensichtlich. Ich will was... Ein bisschen spicy-spicy. Wisst ihr, so ungefähr so? Nicht das, was alle machen. Na, andere Sachen. Wir können mal eingeben, Attacks-Beat-Ability-Power. Ja, gut. Also, das heißt, entweder... Jetzt bist du bei mir auch unsichtbar. Ich bin... Aber was ist hier los, Mann? Nice Gameplay. Nice Champion. Nice Skin. Unsichtbar auf Doom. Wir gehen Bot-Line, Leute. Da bin ich... Da sehe ich mich. Da sehe ich... Ah, ich habe halt keine Ult. Na, aber... Ich wäre unterwegs. Ich bin ja auch... Also, vielleicht bin ich ja auch unsichtbar. Das wäre halt übel gut. Wir versuchen es einfach mal. Wir kommen... Wobei, die sehen ja meine HP-Balken, glaube ich. Oder? Bababab. Na? Hans with me? Was für ein Hans? Das ist aus Superchargers an. Und die Outfits. Jetzt noch ein paar Raketen hier rein. Outfit. Ultimate haben wir auch. Können wir gleich benutzen hier. Na, falls du jetzt irgendwie brauchen wir auch nicht. Raketen. Also bisher muss ich sagen, macht... Ich finde das halt übel. Das sieht man mir wahrscheinlich an. Aber neue Champions sind immer... Das ist... Also nicht immer. Na, auch immer komplett zum Kotzen. Aber neue Champions machen einfach... Da gehen wir nicht hin. Genau deswegen nämlich. Genau deswegen nicht. Mission Invisible. Ja, ist halt GG, Alter. Das ist halt GG. Also anscheinend sehen... Aber man sieht halt diesen Balken. Das ist halt reudig. Aber sonst wäre ich unsicher. Also, was wäre als zweites Maximum? Schauen wir. Und zwar... Erstmal nochmal super gecharged. Und man eine W. Und dies und das. Ja, stackt auch direkt weiter. Also ein GG-Feder-Text. Ist halt Vayne 2.0 einfach. Weil die Passive ist halt auch 100 Mal... Ich glaube, die ist halt geiler als die von Vayne. Also als die Vayne W. So, also hier kriegen wir Cooldown runter und Damage höher. Na, aber ist jetzt nicht so krass. Muss man sagen. Hier kriegen wir Cooldown runter. Aber nur ganz wenig. Dafür mehr Move-N-Speed, mehr Tech-Speed. Wir packen erstmal einen Punkt ins W. Weniger W-Cooldown ist cool. Weil ich gehe auf AP. Wir könnten so ein Atombomben, Raketen, One-Shot, Nuke, Kaiser, Zack, 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 Spielen. So, Leute. Und... Let's go! Ähm, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Das habe ich mit Played anscheinend. Irgendwie habe ich... So alles gedrückt, aber es kam kein Schaden. Aber... Das ist natürlich auch klar, weil es sind alles keine Damage-Spells. Also außer die Q vielleicht. Und die gingen wahrscheinlich 12 Dominions. Okay, das war... Wir machen so ein Random. Stay out! Also okay, das war bad. Geben wir zu, das war bad. Das war nicht so gut. Wir können auch einfach hier, uns fehlt ja nicht mehr viel. Uns 24 AP, wir können es ja einfach mal so ein Buch kaufen. Das machen wir gleich. Wir machen mal hier den Charger nochmal an. Zack. Zack. Diesen Skin hier, auch wenn ihr ihn gerade nicht sehen könnt, gibt es auch in Chroma übrigens. Ja, den gibt es irgendwie in sieben verschiedenen Chromas. Ja, die konnte man, glaube ich, noch nicht auswählen. Aber da war schon angezeigt, dass da so diese Chroma-Kugel, wisst ihr ja. Wir können natürlich das Jungle-Item kaufen. Ja, das ist langweilig. Ich glaube, wir gehen Loon mit so ein bisschen spicy. Dann kriegen wir auch Move und Speed. So, Tag Speed nochmal. Ability Power. Oh, das neue Ability Power-Item vielleicht. Hier, dieses... Das ist ja eigentlich Loon 2.0. Das machen wir, Leute. Na, let's go. Let's go. Guck mal, jetzt können wir das nämlich entwickeln. Zack. Das ist so ähnlich wie bei Kart 6. Jetzt ist das Ding halt... Die Wehverwandlung finde ich jetzt nicht so krass, muss ich ehrlich sagen. Oh, uns fehlt. Ich glaube, Leute, wir kaufen uns noch eben einen Attack Speed durch. Dann sind wir wirklich unsicher. Ja, scheiß hier drauf. Attack Speed. Zack. Naja, das ging relativ fix. Also, man kann locker 2... Man könnte jetzt auch noch das 1 erreichen, aber... Ja, ne, das heißt, wir haben jetzt... Ein besseres Weh. Das Weh gibt jetzt also 3 Stacks drauf und 50% Cooldown, wenn ich Champion treffe. Das heißt, es hat nur 7 Sekunden. Und das E ist halt... Macht uns uns nicht Spaß. Cool. So, let's go, Leute. Ich habe Ultimate. Ich habe Cooldown, würde ich noch gerne ein bisschen mehr haben. Und... Ähm... Oh, das war absolut übers Ziel hinausgeschossen, wortwörtlich. Wortwörtlich. Na? Können wir hier was machen? Da, ich bin dabei. Ich bin dabei. Super Chargers an. Und let's go, Raketen. Und let's go, Auto-Hit. Sehr gut. Und Feuer. Und... Zack. Na, grüß dich, Keule. GG. Ist einfach GG. Macht Spaß. Ist cool. Ist lustig. Ist interaktiv. Ich bin fett. Okay, wäre ich nicht so fett und feeden würde. Wäre es vielleicht nicht so geil. Ultimate hat vielleicht etwas viel Cooler. Aber sie ist halt auch echt stark, ne? Sie hat viel Tempo mit viel Reichweite, ne? Klar, man könnte es mit Diana vergleichen. Aber Diana hat halt eine Reichweite von Quadratius 3. Na, das ist halt Kakarino, Peperina. So. Ich würde sagen, wir battlen uns mal Botland. Oh, wir sind sichtbar. Geil. Nice. Jetzt habe ich halt keinen Rücken. Also zum Ganken kann man es nicht permanent benutzen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so ran. Na, mit dem Supercharger. Einmal die Raketen hier so. Oh, ich wollte eigentlich die Kanone haben. Und jetzt machen wir die W nämlich drauf. Und. Boom. Und hier nochmal ein Stack. Noch ein Stack. Hier noch ein Pass. Oh, ich bin ja voll lau. Okay, Superchar. Okay. Der Flash war. Habe ich so viel Minion damage? Ich bin irgendwie so schnell kaputt gegangen. Irgendwie. Also erstmal hat Strash fast mehr Schaden gemacht als sie. Keine Ahnung. Ich habe... Habe ich... Also ich denke, gute Items auf ihr. Wenn ihr auf AD geht, ist es Rune King. Ja, ich denke, AP ist Nashosan. AD ist Rune King. Rune King ist einfach super Sweetowski auf ihr. Gehe ich mal von aus. Trinity. Wie viel Kohl hat der... Wie viel CDR? 20. Wie viel Kohl hat der DQ? Äh, 4,8. Dann könnten wir permanent Raketen böllern. Hätten noch ein bisschen AD. Wir gehen erstmal... Wir gehen erstmal das Ding hier fertig bauen, Leute. Würde ich sagen. Aber CDR ist schon... Äh, nicht wieder verkehrt, glaube ich. Ja, das wäre natürlich in Lunds drin. In Lunds hätte ich CDR... Ein bisschen mittlerweile... 20% hat das jetzt, ne? Ja, gut. Gucken wir mal. Toplane Udyr. Na? Sniper Wolf. Allerdings muss ich immer aufpassen, weil meine FW nicht so weit geht. Und... Oh, hier ist ein fucking Grompo Fonto. Ach, shit, Alter. Komm ich nicht rüber. Ach, kacke. Das war Ripp. Scheiß Grompo, ey. So, Raketen. Zack, zack, zack. Naja, das ist ein bisschen langweilig. Wenn so viele wie, ja, dann sieht das echt langweilig aus. Ich glaube, wir brauchen eigentlich noch mehr Attack Speed. Das ist echt wichtig. Attack Speed ist halt einfach der Key to the City. Key to the fucking City. Aber wenn die wehknallt, ne? Die Skellid ist so... Ganz okay, ne? Wir haben... Also, nicht insane, aber es ist okay. Es ist okay. Okay, da kommt Udyr. Wir laufen erstmal weg. Schießen ihm jetzt die Weh drauf. Machen Autos, smiten den. Machen jetzt... Ultimate brauchen wir gar nicht. Wir machen einfach Raketen. Ja. War doch noch ein bisschen knapp, aber da kommt Ringo, Ringo, Ringo Star. Ringo, Ringo, Ringo Star, Kanone. Oh, der hat sich gar nicht bewegt. Okay, bin erstmal raus. Wir sparen uns das Geld, bis wir 1,59 gebrochen werden. Kann sein, dass er zu mir kommt, habe ich das Gefühl. Ne, tut er nicht. Okay. Nochmal. Vielleicht kann ich ihn ja snipen, Leute. Bääw! Ah, okay, fast. Fast, fast, fast. Super Charger, zack. Oh, der ist weg, der Kack-Ding. Der Kack-Ding ist weg. Ne? Hat sich eigentlich optisch an meinem Charakter was verändert, wo ich sie evolviert habe? Ne, glaube nicht, ne? Glaube nicht. So. Ah, und jetzt gehen wir weiter auf Attack-Speed. Ich denke, na, klar, muss man alles ausprobieren. Pack noch einen hier rein. Mehr Ws sind mehr Snipes. Ah, mit Lunds wäre es halt lustig, weil es dann halt richtig knallt, wenn du so ein Ding abkriegst, ne? Eventuell. Potenzial. Eventuell potenziell. Das Ding ist aber halt auch nicht schlecht, ne? Für die meisten haben es vielleicht noch nicht mitbekommen, also klar, es gibt jetzt ein neues Item. Und das Ding gibt euch, jeder Spell, den ihr macht, gibt euch, hier, ihr seht das, ein Stack. Ja, jeder, der ein Spell macht in der Nähe, Gegner, Feinde, du selbst, gibt ein Stack. Nice. Ja, braucht relativ lange zum Stacken, also, aber es geht, ne? Und dann kriegt ihr für jeden Stack, den ihr da draufladet, ein AP und 30% Move und Speed insgesamt. So, wir können jetzt hier was machen. Superchargers on, let's go, boys. Let's fucking go. Den auch noch. Ah, heute, ich muss nur ein Auto. Ah, wir haben unser Item, kommt schon. Okay, das passt, das passt, das passt, das passt. Ich denke halt, ihre Ultimate ist extrem zum Traden da, beziehungsweise zum Duellieren, aber später im Late Game übel. Ja, nicht so richtig worth. Nicht so krass, also. Sie ist halt wirklich so ein Early-Mid-Game-Champ, finde ich cool. Also, was ist Early-Mid-Game? Ihre Passive ist echt gut im Late, glaube ich, und so, und ihr Kit, aber. Halt nicht zum Böllern, ne? So, Teamfight-Böllern. Sondern, ich würde halt zum Beispiel im Late Game, glaube ich, lieber eine Xayah-Ult haben, als diese hier, ne? Das ist so. Da packen wir noch eine ins W rein. Also, ich denke, dass man potenziell die E als zweites magst, aber. Na, ich spiele sie ja jetzt auf AP. Man muss ja alles auch ausprobieren. So, was wollten wir kommen? Eigentlich wäre Wunzer, weiß ich nicht. Wir gehen da erstmal Wotland. Oh, da ist eine Syndra. 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 Fair. 361. Ist okay. Kann man mit leben. Charger. Da ist Ringo Star. Hier eine W drauf. Oh, die W, die ist da drüber hergeflogen, aber. Die Passive macht halt wirklich sauviel Schaden. Also einfach sauviel Schaden. So, Passive ist, äh, jetzt ist Starbinder, der Ding, Teil ist an. Superchargers an. Alles ist an, ne? Alles ist an. Hier noch eine W. Hier habe ich aus Versehen auch einfach so geböllert. Da kommen wir leider nicht hinterher. Schade. Vielleicht, wenn ich hier nochmal so eine W drüber lande, aber. Ich glaube, ich würde sogar sterben, wenn ich sie irgendwie da habe. Aber wir können ja mal auf Luck basiert. Und go. Oh, schade. So, weiter geht's im Text, Leute. Weiter. Also, man könnte halt echt für diese. Ein bisschen Attack Speed möchte ich wirklich haben. Was macht Sinn mit Attack Speed? Witzend könnte cool sein. Wir könnten auch immer noch für die 100 AD gehen. Trinity? Ja, ich meine, Trinity hat auch Attack Speed. Also, warum nicht? Ja, komm. Wir können unsere Q relativ krass spammen. Ja, 3,6 Sekunden und da kommen nochmal 10% dazu. Also, ich denke, der rote Baum lohnt sich dann. Das hier habe ich gedacht wegen der Ult, aber. Ich kann es halt echt nicht so oft benutzen, wie gedacht. Also, Trinity könnte eigentlich gar nicht so schlecht sein. Trina fucking T. Schieß mal hier mal die W drüber. Zack. Also. I like it here. Naja, also der Passive Schuss ist halt krass, ey. Wir können ja mal hier gucken. Ja, es deckt sich ja hoch. Okay, er hat mehr Resistenz, aber erster Schuss 45, man hat den alles. Dann 55. Dann 65, 75 und 170. Also, und du kannst es halt direkt instant weiter stacken. Das ist halt echt krass. Und Verbündete des Steckens auch hoch. Also, ich finde es schon heftig. Glaube ich. Also, Attack Speed muss man so oder so, egal was man geht, so ein Full AP, will, ist glaube ich nicht so gut. Raketen. Die Raketen machen übrigens mehr Charter Minions, ja. 200% wenn sie unter 35% sind. Das heißt, man könnte potenziell damit junglen. Aber auch nur lanen, ja. Oder waveclean, wollte ich eigentlich sagen. So, ich mach jetzt mal mein Item hier an. So, den outplayen wir jetzt, Leute. Fast. Ja, ich, also irgendwie, ja, ich hab meine ult nicht benutzt, aber ich wollte sie für, also ich wollte sie nicht für Thresh benutzen, sondern für Udia. Aber, dann war ich schon tot. Er hat mich, glaube ich, ge-eat, 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 ge-eat. Und dann, na, dann war ich einfach rip. Und gesmite habe ich auch nicht, aber es ist auch immer echt laggy, muss man berücksichtigen. Na, also, ich hab auch irgendwie gar nicht so viel FPS, wie ich sonst hab. Wieso, woran liegt denn das? FPS, 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 ankept? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, mach mal hier 144, aber ändert ja nichts. Also, es ist übel am Schwanken. Ich glaube, das liegt, keine Ahnung. Das ist aber alles rip. Alles ist einfach rip. So, wir haben mittlerweile 1,72 Tech Speed und unsere E gibt. Braucht 0,75 zum Chargen und 80% Movement Speed und 40% Tech Speed. Ja, wir können es ja mal aktivieren, wir sind irgendwie unsichtbar. Ja, also es ist echt kurz, ne, aber es ist cool. Kurz und cool. Leider ist das Ding jetzt auch noch 4 Sekunden auf dem PB, glaube ich, waren es erst 8, aber 8 Sekunden war auch viel zu lang. Viel zu lang. Oh! Ah! Ah, da wäre ich, das wäre, das ist so wie, das ist im Prinzip 1 zu 1 die Lee Sin Mechanic, ne? Also wirklich, so. Und das wäre, glaube ich, wirklich mein Tod gewesen. Jetzt würde ich es nochmal gerne machen. Komm, let's go. Ah, der Falsche. Aber er war gerade, der wurde irgendwie geslaut, oder? Das ist so langsam, der Typ. Oh, schon wieder. Jetzt hätte ich gerne Lunes und Rabadons gehabt. Also, das könnte man wirklich mal machen, so Niederlehm mäßig, einfach full AP und dann die ganze Zeit das W da reinböllern, ne? Also lustig könnte es wirklich sein. Also, es hat nicht die krassesten Scalings und nicht den krassesten Damage, aber... It's me! Welcome! Ich hätte jetzt fast verkackt, ich hätte es mit dem Supercharger, hat mich echt ein bisschen gerippt, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin tot. I don't know. Ah, das... Ah, da, 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 da. Der UD ist halt ein Läufer, ne? Dafür sowas wäre heute ein King Incident, aber... Jetzt mit dem, äh, hier den Hammer des Gehämmerten ist es, glaube ich, ein bisschen besser noch. na weil dann kommen wir ein bisschen mehr cation also frost haben wir cool was könnte man geht alles du kannst alles bauen wirklich je nachdem worauf du bock hast alles wir haben jetzt 40 prozent das richtig 40 prozent sehr unsere kür hat 3,6 sekunden kohle sollten wir schauen dass wir die 100 bonus ad zusammen kriegen oder wollen wir zusehen wir könnten den gun blade kaufen damit würden wir das fertig kriegen hätten noch was zum kiten ich würde sagen das machen wir jetzt einfach mal wir gehen einfach auf gambler let's go mein es geht ja alles mit allem du kannst also team wenn du richtig viel ab jetzt ist halt das hier noch kassern aber das ist halt cool wenn du dir so viel also es wird sich ein oder zwei bild zu durchsetzen ich will auch eine variante besser sein wahrscheinlich die ad variante als ap aber das wird sich ja alles noch zeigen mit weil es wäre es vielleicht auch nicht wenn das ding dann trifft das weh ich bin unsichtbar das ist erstmal cool also das ding ist es leckt halt auch na also es zum kiten leckzeit wirklich krass und er hat mich übel geslautet ist gleich seine e naja ich habe das ding auch nicht aktiviert aber naja ist auch fett elf fünf ist halt rengarn erkennen war ist immer noch ein ad carry killer und ich bin ad carry not do nice kann man da sagen dann muss ein bisschen aufpassen aber es ist halt ich habe auch nicht geholt das ist halt aber auch echt läge also es merkt man krass aber trotzdem ich hätte die heute habe ich auch gar nicht daran gedacht muss ich ehrlich sagen glaube ich habe ich nicht hier und auf dem bild sieht eigentlich wie ari aus so ein bisschen ist das irgendwie so eine zukunfts ari die hat nämlich auch so streifen hier so katzenmäßig fuchs mäßig teekanne lauf teekanne hat ein rengar problem teekann ist topus rengar ich bin unterwegs aber ich brauche noch einen moment ich bin aber auch ein guter ist ja verrückt du sniper main nice arena also es ist schon cool zwei pro kein zeppel hier kommen wir auch nicht durch ein paar raketen hätte ich auch nicht nichts habe ich und feuer was das hat nicht getroffen wir sind unsichtbar ok 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 ich habe zu schauen ich habe ein paar raketen 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 also die we muss sagen ist bisher am lustigsten also sie ist halt wirklich lustig also nicht am lustigsten aber schon sehr hoch vom lustigkeitslevel und lustigkeit schuss schloss mit lustikos ok also ja also ok also ja also näher so ok ja ich würde sagen wir gehen erstmal hier auf kudlers auf das kudlers blade ich muss auch das ding hier irgendwie beiden oder so ich benutze das die ganze zeit nicht aber jetzt bin ich auch gar nicht gewohnt aber ja gut das heißt aktuell mit 66 gibt es 65 ap und 20 prozent move and speed wir haben jetzt kommt überhaupt auf die ad wir haben jetzt 25 es gibt 80 oder 60 40 ok dann wird es wirklich knapp dann wird es wirklich knapp wie viel brauchen wir jetzt noch wir haben steht es irgendwo sieht man nicht bonus ad ist das doch wir haben bloß 50 das heißt wir brauchen noch 50 weitere ad wir können ja gucken ob wir durch diesen pot bekommen wir 30 sonst wird dann immer noch 24 deswegen macht es jetzt keinen sinn zu kaufen aber wir könnten nachher mal gucken ob wir damit rankommen könnten wäre cool cool und nice mit dem bingernigkeiten check auch schon auch schon gecheckt so was geht hier ist das ein verbündeter tatsächlich ich bin ja unsichtbar oder so mehr oder weniger also schade 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 marmelade und feuer na 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 und da 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 gegen ringer im wohnung wohnung habe ich halt gar keine schnitte glaube ich also glaube nicht hier passiert irgendwas da ist ringo ringo star ringo wir uns jetzt missfortuna das ding ist kann halt auch hin russ und outit machen ich muss nicht unbedingt die weh zwingt treffen das ist nicht der das muss nicht so das ding ist an let's go kommt das war nichts ring hat sein dings angemacht katlas ist auch an so ja und mal das ding hier rein springen wir hier machen die da frisch naja gehen wir hier rüber irgendwie machen noch weiter frisch fanny frisch richtig frisch laufen laufen flaschen 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 laufen sterben nicht der bitte nicht der a Ja gut ja gut ja gut gut aber ich habe alles benutzt leute alles ich habe alles benutzt Rengas toxic ja Kennen wir ja so 1,90 gebrauchen wir noch 1,9 verkaufen wir diese scheiße so viel hat das gegeben holy shit so was ist das letzte item leute wir brauchen okay wir können ja mal gucken Wir brauchen jetzt halt noch wie viel ad Uns fehlt echt noch richtig viel ad leute 35 brauchen wir der pot gibt 30 Falls das überhaupt funktioniert Falls das überhaupt funktioniert Es gibt übrigens eine neue ruhe für alle die es interessiert experimentell conqueror nach vier sekunden macht man das ist so was er geht in die richtung wie fair of battle der vier sekunden dein first attack also in die richtung gibt die ad 54 für vier sekunden und 20 prozent von dem schaden wird in true damage umgewandelt ist cool Alter hier also wave kill mäßig ist halt Also Ja also Es zieht sich ein bisschen ich meine ich habe auch viel cdr normalerweise So wir testen das jetzt mal ich weiß nicht ob es klug ist leute ich weiß auch nicht ob das hier klug ist So hauen wir es mal rein einfach für die vorschung machen wir das jetzt Okay das funktioniert nicht das kacke Das heißt er wäre auch das heißt sie könnte es mit das heißt rate schnett könnt ihr bauen es bringt euch aber nichts von diesen stacks die hochballern können für eure sachen ja Es wird euch nicht helfen das zu evolvieren Aber trotzdem skaliert natürlich alles mit rate schnett zugezogen ich glaube recht spät wäre ich das letzte beste item was wir uns noch gönnen könnten Ja potenziell eventuell Das knallt aber hier schon oder Das knallt aber hier schon oder Also ich glaube ich habe schon ordentlich wenn ich jetzt noch rate wird wird er sich Schon Na hier zack 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 beng peng 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 So machen wir noch eine pickaxe dann haben wir unser auch unser arm ok let's go Ja super chargers an W ist drin Und welcome mittendrin Gumblade Das item ist auch an Du kriegst eine kugel in dein gesicht So Ich wollte ihn noch mal so ein bisschen sein leben lassen Oh komm let's go Leute Ah das trifft nicht Aber den chasen wir Leute man nennt mich auch den jahrgang Der jäger Der jager Ich habe halt nur keine ulter Selbst wenn ich ein treffen würde würde ich nicht rankommen ist das problem Ah boy Das laut halt leider nicht ist das problem Oh der speed Das move und speed Ah Holy shit wie viel move und speed es jetzt gibt hier Zzzzzz Fire Ah Ich bin aber auch echt ein treffkopf Das war das So gehen wir mal eben Und Rageblade Leute Rageblade Wir könnten auch Blutdürster gehen Wäre auch krass Du kannst halt Was ist das hier Was ist das hier für ein item build Na das ist äh Aber okay das heißt wir schießen jetzt die doppelste Zahl Raketen Cool Ich hätte mal auf den max damage achten sollen Wie viel der Feuer war Nun gut Nun gut holen wir uns mal im Dreadbooth Feuer Raketen Tatatatatatatata Waren die tausend zweit nur von den Raketen? Ne Aber doch Macht schon Macht schon Ne Aber gut So Oh Infernal Dragon Den würde ich mir auch gönnen So Und let's go Das ist cool Vor allem wird das auch schon Obwohl ne auf Grit kann man sich auch gehen ne Gefällt mir I like Ich werde jetzt zu Feeden gehen Das heißt wir gehen jetzt hier irgendwo in den Wald Und werden wahrscheinlich sterben Aber Für die Forschung Für die Forschung meine Freunde Ich glaube Renga geht gleich auf mich drauf Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Okay der ist RIP Jetzt brauche ich nur noch Super Ah okay ich war halt in der Ich hätte nach hinten laufen sollen Ich dachte das sah optisch aus Also hier hätte ich glaube ich überlebt aber Kacke Was ein Game Aber das ist man so ein Game auf dem PPE hat Das ist so lange geht Vor allem Okay ich habe jetzt mein Team Das sind alles Premiers Aber es ist halt kein Flame Das ist klar Aber Auch bei den Gegnern wahrscheinlich nicht Rageblade 2-7 Das ist halt teuer auf Doom Teuer Ich glaube live sie wäre echt krasser Krasser Kann man das sagen Krasser Krasser Ja doch es ist krasser Krasser die Krasser die Rune King wäre das optimal Ah dann habe ich echt zu viele Active Items Also bitte Also bitte Also bitte Also bitte Das Ding skaliert aber auch übel gut mit AD Holy shit Also ich habe das Gefühl das W skaliert ja viel besser mit AD als mit AP Vielleicht liegt es ja daran dass ich nicht so viel AP gebaut habe und mehr AD Also ja so viel AD habe ich jetzt auch nicht über Hier ein bisschen wir haben Ne 100 AD gebaut Total Es skaliert anscheinend mit Total AD Ne Aber not bad Hier geht es los Wir holen mal die W rein Ähm Raketen machen wir Wir machen Supercharger an Wir gehen mal hier Yolonese Bolognese Gehen hier ein bisschen weiter rein Machen unsere Ehe Versuchen irgendwie unsichtbar zu werden Sterben Ja das war auch übel die Reingegangen Und Da merkt man aber auch direkt Finde ich wichtig Also erstmal Wir sollten 5 aus 5 machen Da merkt man das ist mit der ultimate Dass sie halt nicht Ich sag mal so Nehmen wir einen anderen champion Nehmen wir Xaya Xaya könnte mit ihrer ultimate Sie kann sie offensiv verwenden Als auch defensiv Kann dieser champion auch Aber Das heißt Xaya könnte es zum CC nutzen Das heißt hier gerade Von hier aus Xaya old rein 5 Leute Bäm Übelst geiler CC Übelst geiler Damage Mit der ultimate Kannst du halt nur rein Was Also Dich selbst zu schützen Klar Und offensiv Klar Geht beides auch offensiv Defensiv Aber nicht so wie ich Versteht nicht Also ihr versteht so wie ich meine hoffentlich Das ist halt Es ist halt Es ist halt so wie es ist Ne Es ist halt So wie es ist 2310 stehen wir Leute So lass mal jetzt Ich muss zu meinem Team Wir müssen zusammen fighten Ne Aber die sieht auch anders aus als vorher 100 pro also die sieht schon ausgebaute aus 100% Zack I am surrounded by nothingness Ja gut Fiora sich da hat die teleport auch nicht Ist jetzt nicht so gut was wir eventuell potenziell machen Was wir eventuell potenziell machen Das ist äh Gunblade ist drauf Okay Rampage Das ist natürlich typischer Rengar Play In Anführungsstrichen Play Rein Sterben Jemanden umbringen Also ich hätte ja schon Lust Aber Ich darf halt nicht Oh ich muss Ah Okay Das ist halt Lee Sin 13.2.0 Das ist halt einfach Lee Sin Das ist Das ist Lee Sin Das ist einfach Genau dasselbe so Du triffst den Gegner Er hat noch 5% Life und du gehst rein Und genau deswegen ist Rageblade jetzt wahrscheinlich auch nicht das richtige Item für mich Aber Ich meine es hat sich ausgezahlt anscheinend Es ist einfach Lee Sin Ja herrlich 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 Aber sowas macht halt Spaß Das finde ich schön Ist einfach schön Da geht nochmal Rengar rein Das wird sich bei Rengar halt nie ändern Alle Rengar Ich meine jetzt macht es nichts aus Aber alle Rengar zum spiel halt ne Ult an rein Und Drauf halten und beten nach dem Motto Ne War eine coole Runde Wir gucken mal ob wir ein S bekommen Ne Also erstmal Weiß ich gar nicht wie ist das denn bei den neuen Champions Können wir überhaupt ein S bekommen Und wir haben 10 Tote also nie im Leben Ne Aber Kann man denn irgendwas Ja doch irgendwas muss man ja bekommen Aber es gibt ja noch keinen Wert So Wisst ihr was ich meine? So schauen wir mal was wir haben Ihr seht hier auch mein Twitter Ist aber nichts interessantes bei Ne So Kaffeekanne, Teekanne Wen hören wir denn? Gehen wir dem Supporter das mal Ein bisschen laut hier So Wir haben A plus ne Ja gut War auf jeden Fall eine wunderschöne Runde Ich wünsche euch was Haut rein Sehen Sie dazu auf Wiedersehen Und Tschüssi Koski